Hallo, ich zeige euch jetzt, wie man diesen besten Fahrer anscheinend am schnellsten niederknüppelt. Jetzt nehme ich jetzt mal das der, das der ist auch noch ein Scheiß. Knüppel auf und sagt, baue ich auch noch. So, jetzt drückt man dann den Deppen da an. Weiter geht's. So, dann kommt der Sprachwund da raus. Hier, beruhigbar, kein Stress. Da kannst du mal den Fuß raus, aber dann kriegst du ihn. Na komm schon! Du willst es mir schwer machen, hm? Doch. Schreie, 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 schreie. So, okay, Dick, du weißt wie's geht. Schieß auf die Reifen, die Reifen! Hey Arschloch, halt sofort an! So, wir fahren jetzt da lang. Wir bringen ihn schnell ab. Wir fahren uns. Und... Cut! So geht das. Am besten und am schnellsten. Sonst hätte der Arsch, der fährt echt nicht schlecht. So, wollt ihr nur zeigen? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen hoch, Daumen runter, mir scheiß Ratte. Na, wie geht's dir Kumpel? Ein ganz schön chaotischer Tag für dich. Ein ganz schön chaotischer Tag für mich. Jo, dankeschön für's Zugucken. Du klingst mich nicht lebend.